Na, das ist die Frage. Komplex, kompliziert? Ich glaube, früher war es kompliziert. Jetzt kann es komplex werden. Andererseits ist es auch so, wie man sich selbst schneidet. GE6 wird sich nicht davor, sieben Schichten in seine Anwendung reinzuziehen. Man braucht es nur nicht. U-Task ist eine kleine Minieranwendung. Da geht es einfach um ein bisschen Aufgabenverwaltung. Das ist einfach nur eine Seite. Nichts super Spannendes von der Fachlichkeit. Es ist nur so gewählt. Einfache CRUD und typische Operationen, die man immer so braucht. Also create, delete, update, delete. Und vor allem auch auf einer fachlichen Ebene. Es gibt also ein kleines bisschen Businesslogik. Zeige ich gleich, um erstmal so einen Eindruck von dem. Tools vermitteln. Das ist hier mal so eine kleine Wolke. Fällt jemand irgendwas sofort auf, sonst Augen springt. Ich finde zum Beispiel, wenn man ein bisschen hinguckt, ist erstmal erschlagend. Aber nutze ich übrigens gerne bei Revues für Architektur, Sachen in anderen Projekten. Sieht erstmal aus wie so ein buntes Bildchen. Aber wenn man genau hinguckt, kann man irgendwie auch so Sachen erkennen, die auch so ein bisschen noch viel verraten über die Architektur. Es gibt also irgendwas, was Datenbank hat, Entity Manager, die Fachlichkeit. Es geht also irgendwo auch um Tasks, um Aufgaben. Okay, wir verwenden hier Override. Warum so oft? Anscheinend gibt es noch Vererbungen. Ich denke, man braucht mal nicht mehr, wenn es Java E6 gibt. So eine Sachen kann man hier auch reinbekommen. Auch hier so Geschichten lassen einen schon verraten, dass es also anscheinend viel Zugriffe auf die Datenbank irgendwie gibt. Oder die Logik, was in dem Fall zutrifft, so klein ist, dass eben andere Sachen halt da hervorstechen. So ganz grob von den eigenen Technologien ist es halt ein JBoss AS7-Container, den ich heute verwende. Mein Eindruck ist, dass der 7.1.1, der jetzt seit, ich glaube, zwei Monaten raus ist, der macht also richtig Spaß. Selbst der 7 war zwar schön, da konnte man sagen, okay, wir sind jetzt endlich Fulk-Profile-Qualified. Das gibt zwei Profile, Web-Profile und Fulk-Qualified. Die erscheinen sich bei der Sammlung an Specs, die in der API drin sind. Und jetzt können wir endlich sagen, okay, der 7 ist es. Aber erst mit dem 7.1.1 können wir sagen, okay, das ist wirklich benutzbar. Da kommen eben auch Dienste wie Gmx, Mdb so langsam mit rein, was eigentlich so ein G5-Standard war. Für die Demo heute beschränke ich mich darauf auf eine In-Memory-Datenbank. Läuft im Speicher von dem JBoss, reicht aus. Das ist eine H2 im Prozess. Das heißt, die könnte ich, wenn ich wollte, auch über die Manage-Konsole von dem JBoss auch steuern. Ja, nichts für Dauer, aber ich zeige gleich, das kann man relativ leicht auch ändern für den echten Betrieb, auch mit verschiedenen Profilen. Das zeigt gleich, wir fände zum Beispiel in dem Dev-Profile die H2 und in dem echten System dann das andere Postgres. Technologie-Stack. Erstmal die Standard-APIs aus dem JEE-Stack-Stack, also Context-Dependency-Injection, JB3, JSF, JPE und ein bisschen B-Milidation. Soll ich zu irgendetwas was sagen? Das ist erstmal so generell klar. Wenn noch Fragen auftauchen, zu irgendeiner API, sage ich gerne was dazu. Ansonsten will ich es jetzt nicht. Dazu angereichert mit ein bisschen Erweiterung. Das lässt schon da noch vermuten, man weiß nicht, wer das Team kennt. Das Team hat sich ja ein bisschen auch die, zum Teil zumindest, die Vorlage auch für den CDI und dann auch die Java i6-Spec. Viele Sachen von Team sind da reingelaufen, von Team 2. Team 3 ist eigentlich nur ein besseres Erweiterung der CDI-Module. Also CDI ist ja eigentlich so die Hauptspec von dem ganzen Thema, also wie man sauber Injection auflöst. Da gibt es dann diese runterliegende API, die auch von Spring mitgetragen wird und Juice. Und es gibt einfach nur ein paar Notations und die eigene Implantierung, zum Beispiel Welt von JBoss, die Referenzimplantierung, bauen das dann entsprechend ein. Das zeige ich euch gleich. Es gibt aber auch noch Sachen, die eben nicht standard sind. Zum Beispiel, wenn wir dann gleich sehen, gibt es eine Ecke, da entscheide ich mich bewusst für EGB und nicht für eine CDI-Komponente, weil ich da Sachen wie Transaction Handling mitgeschenkt bekomme. Das liegt daran, wie die Beans halt designed sind. Um so ein bisschen Sachen auszugleichen, hänge ich noch ein Trittspaces und ein 7.3 mit dran. Ein 7.3 brauche ich, um so ein bisschen verfeinern von Persistence-Zugriff. Ich habe also keine Lust, jedes Mal selbst mir erst die Entity Venture zu holen, eine API zu bauen. Da gibt es halt ein Modul, was das für mich schon macht. Oder auch beim Logging einfach so eine Vereinfachung, so Hilfsmethoden. Ja, ein Trittspaces, JSF 2, kann man mögen oder nicht. Ich bin so dazwischen, persönlich. Ich sage mal, es ist nicht schlechter geworden von der alten Version, aber es haut mich auch nicht vom Hocker, immer noch nicht. Man kann aber vernünftig damit arbeiten und auch JSF-Anwende gut anbinden. Die Frage ist eher, ob man für dieses JSF-Modell überzeugt ist auf Dauer. Ich werde das gleich mal anreißen. Ich möchte Ihnen gleich mal so einen kleinen Überblick geben über den Code. Also ein bisschen, wie das Projekt aufgebaut ist, ein bisschen Maven-Hierarchie und Sachen zeigen. Dann mal so eine Designentscheidung, die oft immer kommt bei Testdaten. Wie spiele ich Testdaten in das System? Ich habe mich hier für so ein Boots-Krabine entschieden, das zeige ich gleich. Mal so ein bisschen Thema EGB-CDI, ein bisschen Validierung, Testthema unten, wir haben einen kleinen EGB-Timer bauen. Einfach so ein bisschen zeigen, wie das System erweiterbar ist. Ich wechsle mal in Code. Gleich. Das ist mal ein kleiner Test, wie der Code zu lesen ist. Können Sie jetzt gut lesen? Okay, auch da hinten. War das ein M oder ein... Achso, okay. Ich mache nochmal zu und füge gleich erst mal die Hierarchie in das Modul. Also wir springen mal ganz schnell in die Konsole, gut zu zeigen, es handelt sich hier eben um ein normales Maven-Projekt, ganz und praktikulär. Sieht ihr einen Reaktor, ich habe es gerade mal durchgebaut. Jetzt gehe ich ja wieder in die Idee, ein bisschen das Einfache zu zeigen. Als Idee verwende ich hier IDEA, man kann alles nehmen. Ich habe in allem gearbeitet, Eclipse, NetBeans, persönlich bevorzuge ich aktuell IDEA. Es gibt ja auch Projekte, wo Eclipse bestimmt mehr Sinn macht von den Plugins. Ich habe eigentlich noch ein J-Rebel laufen hier, wobei das bei... J-Rebel ist so eine Unterstützung, um eben nicht so oft zu deployen zu müssen. Ich werde es aber heute erst mal ein Plänen machen, die einfach daran, dass meine Lizenz abgelaufen ist. Wobei es so ist, dass ich vor dem aktuellen Kontext war ich eher in so einem GE5-Umfeld und dann ging es eher so um den AS6, oder noch vorher den AS5.1 J-Boss und da war es eine Anwendung, die mit dem Gate-In-Portal so verläuft und die brauchte sieben Minuten, um hochzufahren. Da war so ein J-Rebel sehr wichtig zu deployen. Hier gewinne ich halt nur ein paar Sekunden, deswegen ist es für die Demo auch nicht so entscheidend heute. Von der Projektstruktur, ich mache es mal ein bisschen größer. Das ist das Maven-Projekt. Er reicht erst mal nicht so weit, vielleicht so allgemein. Ich habe versucht, die Schichten so gering wie möglich zu designen. Also die Sachen, die man so meistens kennt, es gibt eine Business-Schicht, mit der spricht dann natürlich das Frontend. Das Frontend ist gekapselt in Web. Web, das ist vielleicht ungewöhnlich, hat für mich auch drei Aufgaben. Web ist verantwortlich, um das Artefakt zu bauen, in dem Fall ein Vorfall, Web Archive. Reicht aus, im Kontext geht neuerdings eben auch in die IE6 mit EGBs. Und deswegen ist es ein bisschen einfacher auf dem Handling. Es gibt auch designmäßig Gründe, manchmal auch auf das I zu setzen. Wenn es da groß ist, man das kapseln möchte, nicht alles in der 5-Klasse haben möchte, kann es Sinn machen, auch in den Enterprise Archive nach wie vor einzusetzen. In dem Fall ist es aber okay, wenn es mich so designt ist. Ansonsten ist es von dem Web so, dass eben hier auch meine JSF-Seiten liegen, der Web ab. Liegen aber eben auch die Java-Klassen. Hat man auch, habe ich auch früher gerne so gemacht, ein Web-Artefakt und ein Controller-Artefakt. Aber in dem Fall finde ich es einfach harmonischer und auch ausreichend von der Kapselung, es in ein Artefakt zu setzen. Liegt einfach daran, dass man, wenn man sagt, okay, wir wollen das Frontend austauschen, Flex oder sonst irgendwas oder ein Mobile-Frontend, dann braucht man eh eine Zwischenschicht von Java-Klassen. Das heißt, so muss man nur dieses eine Artefakt ausbauen. Könnte man auch mal den Reaktor steuern, wirkt also relativ okay. Wenn man meint, man muss es noch größer aufbauen, kann man es ja immer aufbauen. Nur meine Erfahrung ist, dass es gut ist, einfach zu klein wie möglich anzufangen. Hilft auch der Einarbeitungsaufwand und das beim Refactoring. Neben dem Web gibt es so Data, auch da ist es ein bisschen vereint. Sonst gibt es ja meistens so die Artefakte Domain und DAO getrennt. Das kann man sich auch ein bisschen streiten, wenn man das mag oder nicht mag. Ich habe sie erst mal in ein Artefakt gelegen, weil meistens reicht es für mich auch aus. Also hier sind die Entitäten drin, in den Domain und in DAO entsprechend die Zugriffsbeams auf die Persistenz. In großen Projekten, wenn man auch mit Remote-Schlichtern arbeitet, kann es manchmal sein, dass man sagt, okay, ich möchte aber garantieren, dass nur die Komponenten darauf zugreifen können. Oder angenommen, ich entwickle in dem Team horizontal nur Schichten getrennt, über ein großes Team mit Remote, gut, dann kann man es gleich sagen, okay, dann kläre ich es eben über Maven, dass ich eben nur auf die Interfaces zugreifen kann zum Beispiel. In diesem Beispiel ist natürlich das nicht abgesichert. Das ist auch so ein Nachteil, wenn die Anforderung ist, wir wollen uns mit großen Teams zusammenarbeiten. Aber so oder so ist leicht, das rauszuziehen, wenn man das denkt, man braucht es. Business, das ist unspektakulär, das ist die Business-Logik, da passiert ja nicht viel, außer so einen Service anzulegen. Das zeige ich gleich nochmal, in mehr Details. Was es noch hier in zwei Paketen sind, ist einmal Bootstrap und IT. Bei IT ist ein Integrationsprojekt, zu testen sage ich gleich noch was, aber es ist so, dass ich auf ein Framework namens Archiv-Einsätze um einen Integrationstest abzusetzen. Integrationstest heißt also, in einer echten Umgebung wirklich die Anwendung zu testen. Also nicht zu mocken, sondern wirklich durchgreifende Fachlichkeit zu testen. Das zeige ich dann gleich mal. Und beim Bootstrap, habe ich gerade erwähnt, das mache ich jetzt noch ein bisschen kleiner. Ich gehe mal in das Bean rein. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um so Testdaten im System zu bekommen. Man kann SQL reinpumpen oder man nutzt hier Hibernate-Mechanismen, die es einfach so gibt, out of the box. In den letzten Jahren, ich habe alles schon verwendet, im produktiven Code. In den letzten Jahren bin ich mehr über den Weg, mit so einem eigenen Artefakt und über Java das zu machen. Na, es gibt mehrere Gründe. Das Refractor bin hoch. Wacke ich. Es gibt so mehrere Gründe. Ich finde es einfach ganz schön. Es ist zwar auch ein bisschen mehr Aufwand zum Teil, weil es eben auch Refractoring sicher ist, dafür ist es aber auch leicht zu pflegen. Hier setze ich also einfach über ein Init so ein paar Daten ab. Kann man auch, man will das auch rausziehen über irgendwelche Helfer-Beans oder Bilder-Pattern bildet sich eigentlich normalerweise in größeren Projekten an, dass man dann hier sagt, mit dem Fluent-Style, ich möchte die, 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 die Version. Von den Bean her vielleicht ein bisschen was. Das ist ein einfaches Singleton. Das heißt, es gibt nur eine Instanz. Als Startup wird hochgezogen, wenn die Umgebung, in dem Fall größtmöglich Application Scope, startet. Und nach Erzeugen der Komponente wird Post-Konstrukt aufgerufen, was eben entsprechend die Methode absetzt. Das soweit zu dem Bootstrap-Bean. Das ist ein eigenes Artefakt. Das heißt, das kann man profilmäßig in dem Reaktor auch abklemmen. Also produktiv ist, kann man sagen, okay, Bootstrap bitte nicht mehr deployen. Testdaten halt abgeklemmt. So ist ein relativ eleganter Weg, dann eben zu sagen, für Dev brauche ich das und für Entwicklungen, Staging oder irgendwas eben so. Ich habe auch schon gehabt, dass die Projekte sich unterscheiden, also verschiedene Daten dann deployen. Das kann man dann sehr elegant mit diesem Weg lösen. Ich möchte nochmal ein kleines bisschen zeigen, wie wir Maven hier einsetzen. Ich zeige bewusst auch so ein paar Sachen, die man eigentlich sonst nicht so sich anguckt. Hier ist ein bisschen der Root-Pom. Ich möchte hier mal das Dev-Profil zeigen. Das ist auch so ein Streitpunkt. Ich bin auch nicht immer überzeugt davon, aber hier in diesem kleinen Projekt finde ich es okay. So, dass ich sage, es gibt mehrere Maven-Profile und ich steuere also so ein paar Parameter, wie eben für die Datenbank und Dialekt, zeige ich SQL an, Datasource, mache ich über Maven direkt. Das ist ganz nett, wenn man das dann auch weiter treibt Richtung Jenkins, kann man das mit Profil mit leicht steuern. Das ist sehr elegant dann vom Jenkins zu sagen, okay, ruf eben das auf, baue es ohne Bootstrap oder mit und nimm Profil sowieso. Dann kann ich das von außen leicht konfigurieren. Wenn man das nicht möchte, wenn man ein Artefakt sauber haben will, kann man es auch rausziehen. Aber für diese Größe vom Projekt, im Use Case, finde ich es eigentlich angemessen. Dann noch was, was man vergisst oder ich manchmal vergesse, wie ich Properties reinbekomme. Properties, kennt man von Maven, aber es gibt dann auch so ein Plugin. Was es eigentlich nur macht, ist zu sagen, zieh dir einen Bildpunkt Properties, die liegt hier links, zeige ich gleich mal, raus. Das ist erstmal unspektakulär. Wichtiger ist es, dass es in die Submodule auch reingezogen wird, weil bei Default kann man dann nur aus der Root-Pomp zugreifen. Das finde ich aber unelegant. Ich möchte also auch aus den Poms der unterliegenden Projekte zugreifen. Deswegen sage ich hier mit so einem Property-Maven-Plugin, bitte hier definiere die Bild-Properties und so weiter. Im Praxis im Alltag ist dann quasi so ein Template eingecheckt. Der Entwickler kopiert sich die Bild-Pomp-Properties. Das ist mein Beispiel jetzt. Die wird auch nicht ins SVN eingecheckt oder ins Git in dem Fall. Das wird auf Git gehostet und auf GitHub liegt das. Ich zeige dir gleich noch einen Link. Wenn Sie Interesse haben, kann ich es auch runterladen, ausprobieren, Feedback geben, erweitern, was gefällt. Das ist erstmal soweit dazu. Ich möchte noch mal eine kleine Besonderheit zeigen in die View-Task Boost-Repin. Ich springe noch mal hier rein. Also es ist so, das ist ja alles über CDIs. Vielleicht wundern Sie zum Teil, hier finde ich mal Adject und hier auf einmal sage ich wieder AdWiGB. Beides ist eigentlich legitim. Es ist eigentlich, normalerweise würde ich sagen, es ist so unelegant, das zu mixen. Macht auch eigentlich keinen Sinn, weil alles ein Poacher ist und man in CDI das auch elegant reinbringen kann. Jetzt ist es aber so, dass es da wirklich noch einen Bug gibt in Welt der CDI-Implementierung. Es gibt so ein Pattern, was wir verwenden hier in dem Code. Das heißt, generic DAO. Das ist überall, das hat auch Spring schon ausgearbeitet, zum Teil. Ich bringe mal an dieses Task-Claw. Das heißt, wir arbeiten über mehrere Vererbungen. Und da gibt es eben einen Bug im Welt, dass er genau diese Bienenkomponenten eben dann nicht anmelden kann. Das kommt dann nicht in das Proxy ran, das er eigentlich braucht. Das ist ein einfacher Grund, warum man das auch nicht finden würde, wenn ich jetzt hier mit AdInject arbeiten würde. Deswegen sieht man das auch in so Beispiel im Projekt nicht, weil man am meisten nicht diese vertiefende Erbungs-Hierarchien hat. Aber hier ist auch, wenn die Fachheit klein ist, so angelegt, dass es eigentlich mein Anspruch ist dieses Projektes, dass man das nehmen kann, seine Fachlichkeit rausziehen kann und dann relativ schnell darauf ausbrauchen kann. Ich werde auch noch mal einen Archetypen rausziehen, um das noch ein bisschen elegante zu designen. Okay, das ist mal dazu. Ich möchte das Projekt mal erstatten. Ich habe das hier in IDEA eingebunden, den J-Bus. Da fahre ich mal hoch. dauert ein paar Sekunden. Hier hagelst du ein paar Exceptions, wer guckt, wenn es aufgefallen ist. Daran muss ich das Auge erst gewöhnen, auch meins. Es ist so, es ist ein Feature vom J-Bus 7, das ist wirklich als Feature genannt. Es gibt halt neuerdings nicht nur Exceptions, die knallen, dann ist das ein Problem. Nein, es gibt auch so informierende Exceptions. Das ist so ein bisschen neu. Also hier zum Beispiel kriege ich jetzt hier eine Info. Hier, no class dev found D-Bus 7 Security Entity. Ja, macht Sinn, nutze ich ja auch nicht. So eine Sachen als Beispiel. Also das kann man sich auch nicht verwirren lassen. Jetzt zeige ich mal eben den die Anwendung. Das ist also so ein kleiner Fokus. Die Fachigkeit ist bewusst klein gehalten hier. Das heißt, man kann sich anmelden, gibt Credentials ein, kann Aufgaben anlegen und das war es dann auch schon. Bearbeiten, löschen, kann man alles machen. Okay. Nicht spannend, reicht aber aus, um alles, was man so braucht, Transaktionen, Steuerungen, was auch immer, zu zeigen. Ich möchte vielleicht mal, hier sieht man auch, hier war ich ein bisschen faul, habe jetzt das nicht ausgearbeitet, habe die Keys nicht gepflegt, also das ist auch schon so designt, dass es von den Properties durchaus erweiterbar ist, Mehrsprachigkeit, habe alles die Keys nicht gepflegt. Möchte ich mal die Hauptentität zeigen, das ist so Task und so eine Spekt, die möchte ich mal kurz zeigen, ist so Bean Validation. Wenn ich also jetzt sage, ich möchte halt beim Anlegen vielleicht eine Constraint hinzufügen, zum Beispiel nach der Task eben, darf eben, muss drei Zeichen lang sein, dann ist es aktuell eben nicht so. So, kann man anlegen. Das ist so ein Kleinkram, ich will nochmal zeigen, wie das Handling so ist, wenn man so hier arbeitet. Ich sage also, okay, du String, ist eben jetzt mit so einem Bean Validation, also Standardlänge, Standardlänge, du sagst, du sollst also Minimum fünf Zeichen sein. Jetzt kann ich mal redeployen und auch das 1,2 Sekunden, der amalige Rebel wird es eben jetzt noch schneller gehen, ist aber jetzt auch so passabel und jetzt kann ich hier nochmal das gleiche nochmal machen und dann müsste er mir sagen, dass er jetzt eben das nicht mag. Ich habe auch hier nur in eine Ecke geschaut, deswegen kriege ich hier so eine komische Zahl, weil eben die Grenze des Datenbereiches hier gibt. Kann ich natürlich auch noch ausbauen, reicht aber. Spannender hier finde ich, dass man auch zeigen kann, dass man so eine Änderung TDD als Testgetrieben auch bauen kann. Das heißt, es gibt jetzt hier in dem gleichen Artefakt einen Test und zwar einen entsprechenden Task-Daw-Test, mit dem kann ich also genau diesen Fokus testen. Ich möchte also Änderung an einem Task-Objekt persistieren. Da verwende ich hier ein Framework, das heißt NIDL, das ist ein Mock-Framework, verwendet verschiedene Anbieter, Provider, in dem Fall Easy Mock unter der Haube. Kann man aber erweitern. Wenn ich jetzt also mal starte, dann hoffe ich, dass er nicht grün ist. So, das ist rot, schön und sagt eben hier auch die Constraints Exception. Das heißt, auch ohne JBoss hätte ich jetzt einfach das so testen können, indem ich Testgetrieben mit dem Test arbeite und so die Constraints sicherstelle. Hier ist eben so, dass der Task drei Zeichen hat, brauche eben fünf. Wenn ich nochmal absetze, müsste ein Test grün sein. So könnte ich dann weiter vorgehen. Okay, sind noch zwei übrig und das war es dazu erstmal. Wenn wir beim Testen gerade sind, neben den Mock-Tests, gibt es auch nochmal Unit-Tests, die immer so üblich sind für verschiedene Operationen, wo man eben keinen Datenbankzugriff braucht. Das sage ich jetzt nicht, das ist der Unit 4.8, das ist Standard. Spannender ist vielleicht ein Integrationstest. Der ist auch separat, auch so, dass der auch nicht eben mit dem Sure-Fibeling bei Default, Plugin bei Default ausgeführt wird. Sure-Fibeling ist eben Plugin von Mavon, um Tests auszuführen. Den kann man direkt ausführen. Es gibt mehrere Profile von Markieren-Tests, man kann also sagen, in Container, oder Manage. Ich kürze mal ab, zum Beispiel kann man das gut nehmen für Last-Tests über den Jenkins, zu sagen, einmal in der Nacht, baue bitte mit diesem Profil alles, das heißt, Container hochfahren, Artefakt deployen, testen und zurück. Das Interessante ist, dass man sich Mini-Artefakte baut. Das heißt, man testet das ganze Artefakt, das Warfile, Sondern nur, wie man es braucht. Das heißt, man sagt eben, das Spannende passiert in dem Helfer, man sagt eben hier, mit einer APD, die heißt Spring Web, ich möchte eben gern nur die und die Klassen, die und die Packages, die Library, was auch immer, reinbringen. Man kann das Artefakt reinbringen, man kann es aber auch wie hier designen. Das heißt, ich teste eben nur Task und in dem Fall eben nicht User. Das heißt, Artefakt ist kleiner, das ist auch so, es gibt so bildmäßig, das heißt, ich kann aus der IDE raus, ohne Mesen durchzubauen, das ist auch so ein Clou, das Testen. Das ist so ein, das ist nochmal der Ausflug zur Testinfrastruktur. Okay. Zum Abschied will ich nochmal so einen kleinen Spaßbau, den man eigentlich immer mal im Projekt braucht, so ein Timer. auch hier will ich nur so ein Gefühl vermitteln, was mache ich bei den Anforderungen, wo setze ich das ein, wie läuft das, wie funktioniert das. Möchte einen Timer, na, asynchron, soll nicht viel machen, einfach nur ein bisschen auslocken, hallo, alle paar Sekunden, jede Sekunde. In welches Artefakt kommt das rein? Vorschläge? Ich würde es in Business schieben, das ist zentral, wer mag, kann es auch noch ausschieben, aber fangen erst mal hier an und sagen, wir brauchen jetzt eine neue Klasse und es ist eben dann ein Task-Timer. Was wir jetzt in dem Task-Timer eigentlich nur machen wollen, wir wollen jede Sekunde ausführen. Von der Architektur her designen wir das erst mal als Singleton. Das ist also ein Singleton-Bean. Und jetzt interessant, hier gibt es zwei Optionen. Und zwar gibt mir die zwei zur Auswahl, einmal von EGB 3.1, einmal von JavaX Inject. JavaX Inject ist nicht die CDI-API, sondern das ist die Injection-API, die so im Konglomerat verwendet wird. CDI verwendet halt diese Injection-API. Es gibt also zwei Singletons. Ich verwende jetzt EGB und einfach daran, dass ich mit EGB so ein paar Sachen auch geschenkt bekomme. Also es ist ein Proxy, ein echtes Proxy, das heißt ich kann damit auch Sachen wie Transaktionalität geschenkt. Deswegen nehme ich das erst mal. Und jetzt gibt es auch von EGB 3.1 eine Innotation, um genaue Sachen in den Timer zu designen. Das war früher ein bisschen aufwendiger, ein bisschen XML oder auch nicht, aber auf jeden Fall hat es da mehr gebraucht, als ich es gleich benötige. Also brauche ich eine einfache Methode, die muss nicht viel können, brauche keine Parameter, ein Void sein und die an den Tisch setzen mit Add Schedule. Das ist von EGB 3.1 und jetzt gebe ich so Bereiche an und sage gerne, ich möchte gerne, dass die jede Sekunde, ja jede Sekunde feuert. Ja, jetzt ist es so, dass ich sagen kann, ich möchte gerne, so wäre zu jeder vollen Sekunde, das ist so Krone-Syntax-mäßig, ich sage also jetzt, ich möchte jede Sekunde gern feuern. Was ich nicht so schön finde, ist, wenn man auch nur sagen muss, es muss eben jede Minute sein, dann hat man auch eleganter lösen können, aber ich muss es eben jetzt so anbieten, das ist okay, wie gut, jede Hour in jeder Sekunde. Und dann gibt es EGB-Timer, können Sie vielleicht, können wir persistent sein, brauche ich es nicht, mir reicht es mal auf, wenn er unpersistent ist. Das heißt, nach Durchstart ist er auch dann wieder weg, das ist okay für mich. Was ich jetzt hier machen möchte, ist ein einfaches Fiss-Out im ersten Wurf, gucken, ob der Timer auch feuert. Und jetzt möchte ich einfach mal redeployen und schauen, ob das System jetzt das schon angenommen hat. Sie muss nicht rum werden. Ich bin vielleicht gerade zerstört mit meinen anderen Tests, die ich nicht zu Ende programmiert habe. Ich werde ihn jetzt nochmal, ich glaube, ich komme ein bisschen in die Quere jetzt, dass ich mit dem das Task-Daw angerissen habe, aber eben nicht zu Ende programmiert habe. das ist mein Tipp, aber ich kürze das mal ab und kopiere nochmal und starte den J-Bus nochmal und dann müsste der Timer auch feuern. Das hat leider nicht geklappt. Ich habe den Fehler und der sieht, dass ich gerne melde. Noch ein Test und wenn das hier nicht klappt, dann müsste ich abbrechen. Ich glaube, dass mein Artefakt jetzt hier gerade kaputt gegangen ist. Wir machen das mal noch ein bisschen Zeit, deswegen können wir das mal schnell nochmal überprüfen, was man auch so machen könnte, über mehrere Wege. Ich will jetzt mal in die Management-Konsole gehen und gucken, was da los ist. Kann nicht so schlimm sein. Ich mache das nochmal schnell und hm, hat das deployed. Okay. und probiere es nochmal, was ich jetzt bauen kann. Sonst preche ich es auch gleich ab in zwei Minuten, damit es nicht klappt und dann würde ich es in dem GitHub auch nachreichen. Ich gucke nochmal, ob ich irgendwas Doofes übersehen habe. Hier ist ein EGV-Singleton, das geht hier. Nö, mehr ist es auch nicht. So, das teste ich nochmal. Dann breche ich jetzt hier ab. Tut mir ein bisschen leid, ich müsste jetzt nochmal reingucken, würde jetzt im nächsten Schritt in den Container schauen, den runterfahren, Temps löschen, nochmal hochzufahren. Ich vermute ja, dass ich nicht verkrafte, dieses ewige An- und Ausstarten, auch mit dem Archiv-Test, greife ich ja auch den Container zu und ändere dann auch Sachen. Ich glaube, der hat einfach jetzt dann verloren. Das heißt, wer Interesse hat, können wir gleich nochmal hier machen oder über GitHub. Ich bin überzeugt, wenn ich jetzt das Temp wegräume und wieder hochstarte, dass dann da ist. Das ist zumindest von der Syntax her, wie ich auf den Timer zugreife. Es ist so, ich könnte hier auch auf die Komponenten beliebig zugreifen und sagen, gib mir eben den Task, den Task-Service und dann könnte ich hier auch so eine Sache machen, wie, okay, ich möchte eben mit jedem Timer Zugriff haben. Das hat man meistens bei irgendwelchen Cronjob-mäßigen Sachen und man sagt, okay, nachts möchte ich einmal irgendwie meine Entitäten irgendwas machen, aufräumen, synchronisieren, sonst irgendwas. Das könnte ich eben auch genauso umsetzen. Ich werde das mal nochmal anschauen, auf GitHub schieben und ich bin überzeugt, dass die Version hier auf GitHub dann auch funktioniert. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, können Sie gerne nochmal schauen. Ansonsten, wer es unbedingt heute sehen will, kann dann zu mir kommen und wir reden jetzt auch gleich zum Laufen. Auch mit C-Rebel ist keine Wunderwaffe, war so ein Satz aus der Praxis. Auch da ist es so, dass ich immer irgendwie alle paar Deployment doch mal den Container durchstarten muss, wie es eben mich jetzt hier auch hier erwischt hat. Es ist eben schade, dass die Exceptions ich nicht mehr darauf verlassen kann, dass es wirklich Exceptions sind, die mich irgendwie am Betrieb hindern. Deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu sehen. Ich kann mal ganz schnell gucken, was er sagt. Man sagt zumindest, dass er den Timer nicht starten kann. das ist schon mal schön, hätte aber gerne noch gewusst, warum. Damit soll es gewesen sein. Ich gehe nochmal in die Slides. Gibt es noch Fragen zum Code erstmal? Tut mir ein bisschen leid, dass es in den letzten Teilen nicht geklappt hat, weil er eigentlich der lustigste wäre. Aber Sie können vertrauen, dass der Code richtig war und laden Sie ein auf GitHub das mal runterzuladen, mal ausprobieren. Ich freue mich über jedes Feedback. Also GitHub, Sie können jetzt auch Folgen, Pull-Requests sind mir alles recht. Können Sie auch gerne verwenden. Ansonsten bin ich auch viel mehr gerne gespannt über diese Plattform. Auch vielleicht Meinung zu den Architekturen die ich getroffen habe oder Erfahrungen. Gibt es noch Fragen? Okay. Dann vielen Dank und viel Spaß noch. Applaus Applaus